Ist das vorbei? Das ganze Land hat sich verändert. Kommt! Wohin? Zur Stadt Überfluss. Ihr seid jetzt sicher. Siehe, ich bin Jesus Christus, von dem die Propheten bezeugt haben, er werde in die Welt kommen. Kommt her zu mir, dass ihr die Nägel male in meinen Händen und in meinen Füßen fühlen könnt, damit ihr wisst, dass ich der Gott Israels bin und für die Sünden der Welt getötet worden bin. Wir müssen die Kunde verbreiten. Sagt dem Volk, dass Jesus Christus uns gedient hat. Gesegnet sind alle, die da trauern, denn sie werden getröstet werden. Habt ihr welche unter euch, die krank sind? Bringt sie her, und ich werde sie heilen, denn ich habe Mitleid mit euch. Seht eure Kleinen. Du siehe, meine Freude ist voll. Und wenn ihr immer an mich denkt, wird mein Geist mit euch sein. Mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Hosanna! Hosanna! Gesegnet sei der Name des Allerhöchsten Gottes! Ich habe mich nochmals über die Frage ab.